Geld verdienen und das Ganze nur mit dem Handy bzw. Smartphone. Ist das überhaupt möglich? Die Antwort klären wir in diesem Video. Heute geht es um die Smartphone Cash Formel. Die Smartphone Cash Formel ist ein genaues System, entwickelt von Christian Tucholsky, jemand der schon über 100.000 Euro online verdient hat mit dem Smartphone. Und diese Strategie gibt er jetzt weiter. Und zwar die Strategie ist die Smartphone Cash Formel. Und wie das Ganze genau funktioniert, erkläre ich jetzt. Und zwar es geht darum, dass man mit seinem Handy ein kleines Business aufbaut. Und zwar zum Thema Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist sozusagen, dass man andere Produkte verkauft und Provisionen erhält. Das heißt beispielsweise, man verkauft ein Produkt für 100 Euro, bekommt davon dann 30% Provision bzw. 30 Euro. Und das ist das ganze Prinzip, auf dem die Smartphone Cash Formel aufgebaut ist. Und wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, zeige ich jetzt. Und zwar die Smartphone Cash Formel sieht folgendermaßen aus. Was ich erstmal sehr, sehr gut finde, wenn man hier in den Mitgliederbereich kommt, kommt man hier einen Lernfortschritt. Hier sehen wir natürlich noch 0%. Und hier kann man dann immer sehen, wie weit man ist. Und am Anfang bekommt man natürlich erstmal eine Einleitung. Dann gibt es nochmal grundlegende Infos zum Affiliate Marketing. Dann geht es auch schon zur Durchführung. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr ausführlich, wie man hier sehen kann. 17 Lektionen und man kann hier mal abhaken, wie weit man gehen kann. Wir haben hier Strategien, wie man das Ganze über Instagram machen kann oder auch komplett online. Und wir haben hier wirklich komplett die genauen Beschreibung, die genaue Strategie. Und extrem, extrem ausführlich. Zusätzlich haben wir hier noch Sachen wie Facebook-Module und noch weitere Bonus-Lektionen. Und am Ende nochmal ein Abschluss-Modul. Also ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, um anzufangen online oder auch online mit dem Handy Geld zu verdienen. Und ja, normalerweise kostet das Ganze über 50 Euro. Und jetzt habe ich für euch eine Sonnenaktion. Und zwar könnt ihr nur mit dem Link in der Beschreibung. Das Ganze kann man im offiziellen Shop nicht finden. Da haben wir den regulären Preis. Aber mit dem Link in der Beschreibung kann man das Ganze für zwei Wochen lang nur für 1 Euro testen. Und ja, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Weil man hat das Ganze dann so, man testet das Ganze für 1 Euro. Zwei Wochen lang kann man den Kurs umsetzen, sein erstes Geld verdienen. Und dann muss man erst die 46 Euro, sind das glaube ich, zahlen. Und man hat somit schon einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Und für 1 Euro findet man es sonst nirgendwo. Deswegen sichert euch das Ganze. Link ist in der Beschreibung. Sehr, sehr gutes System, um mit dem Handy, mit dem Smartphone Geld zu verdienen. Und damit auch gezeigt wird, dass das Ganze auch funktioniert, gibt es jetzt nochmal ein paar Screenshots von Teilnehmern der Smartphone Cash Form, beziehungsweise Leuten, die den Kurs gemacht haben und was die Leute so für Ergebnisse erzielt haben. So, hier sehen wir jetzt ein paar Ergebnisse von Kunden, beziehungsweise von Absolventen des Kurses. Und zwar sehen wir hier ein Screenshot. Das Ganze ist hier auch kein Fake, das ist von der offiziellen Seite von Christian. Und zwar hier sehen wir, hier hat jemand schon über 16.000 Euro an Umsatz gemacht, nur mit der Smartphone Cash Formel. Und hier haben wir noch weitere Rückmeldungen. Hier ist jemand sehr, sehr zufrieden und sagt auch, dass der Kurs mehr als 200 Euro wert ist, beziehungsweise man mit diesem Kurs mehr lernt als bei anderen Kursen, die über 200 kosten. Und das Ganze eben für den Anfang sehr, sehr gut ist. Also, geh in den Link in der Beschreibung, hol dir das Ganze für nur 1 Euro zum Testen. Und ja, dann hoffe ich, dass du auch demnächst dein erstes Geld online, beziehungsweise mit dem Handy, verdienst. Und ja, abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.